Es reicht mit dem Wolfsschutz. In vielen Regionen ist der Wolf keine bedrohte Tierart mehr. Stattdessen richtet er dort so viel Schaden an, dass sich manch einer bedroht fühlt. Und deshalb sollte man sich schützen, beispielsweise mit hohen Zäunen. Abschießen kann nicht die Lösung sein. Ich finde, Julia Klöckner hat recht. Es gibt Regionen, in denen Wolfsrudel so groß und etabliert sind, dass sie nicht mehr als bedroht gelten können. Etwa in Niedersachsen, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. Denn dort leiden Landwirte mittlerweile massiv darunter, dass ihre Schafe, Kühe oder Pferde vom Wolf gerissen werden, trotz guter Schutzmaßnahmen. Allein 2019 sind 3000 Tiere durch einen Wolfsbiss getötet oder verletzt worden. Für mich ist das kein echter Tierschutz. Die Vermehrung der Wölfe ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Durch den Schutz der Tiere konnte man die Zahl der Wölfe endlich wieder erhöhen. Laut Bundesamt für Naturschutz gab es in der Saison 2019-2020 128 Wolfsrudel. Das waren 23 Rudel mehr als ein Jahr zuvor. Das sind aber insgesamt immer noch nicht so viele Wölfe, dass wir sie jetzt wieder abschießen sollten. Der Wolf gehört zu Deutschland. Er soll hier leben und überleben. Er muss geschützt werden. Wenn wir ihn zum Abschluss freigeben, werden die Zahlen schnell wieder nach unten gehen. Wölfe haben einen enormen Radius. Sie können unglaubliche Strecken zurücklegen und haben ein Territorium von mehreren hundert Quadratkilometern. Je nach Angebot an Beutetieren. Im dicht besiedelten Deutschland trifft da Raubtier schnell auf Mensch. Denn Rudel breiten sich schnell aus. Mittlerweile wurde sogar hier in Köln schon ein Wolf gesichtet. Das Tier unterscheidet also nicht, ob es sich im Wald oder der Stadt wohler fühlt, sondern wo es Beute findet. Es ist Zeit, dass die Politik klare Regeln findet und dem Wolf Grenzen setzt. Klar müssen wir dem Wolf Grenzen setzen. Mit Mauern oder hohen Elektrozäunen. Es gibt auch Studien, die das Verhalten der Wölfe in den Regionen erforschen. All das verursacht Aufwand und Kosten. Aber das Geld sollte man in die Hand nehmen, wenn man Ja zum Tierschutz sagt. Entsprechend sollten auch die Landwirte finanziell unterstützt werden. Natürlich wird es Situationen geben, wo es keine andere Möglichkeit gibt. Aber der Abschluss kann nur das letzte Mittel sein. Aber der Abschluss kann nur das letzte Mittel sein. Vielen Dank.